Bist du bereit heute? Überraschungseffekt. Wie heiß ist das? So, jetzt bist du wach. Bist du bereit heute? Hä? Gibt es keine Ausreden? Ja, Mikro auch. Aber bei NBA machen die das auch immer. Bei NBA machen die auch immer Mikro. Mic up. Ist geil. Also passt auf, was du dir sagst. Bist du das Abfeld? Ich wünsche dir gutes Training. Dankeschön. Jeden Tag ganz wichtig. Ist der Beste. Okay Männer, Trainingsinhalt jetzt knapp 60 Minuten. Den Handlungsschnelligkeit heute rein. In der Kombination mit Athletik und kleine Spielform nochmal Impuls gegenpressen. Aber 60 Minuten, Leute. Der Inhalt heute Morgen. Alles klar. Komm, Alter. Nein, wir gehen nach hinten. Wir gehen nach hinten. Wir gehen nach hinten. Gut. Danke. Okay. Okay. Genau. Jetzt machen wir. Genau. Wir wechseln wieder. Wir wechseln jedes Mal. Gleich über die Kröne. Aber jetzt kommt es schon ein bisschen mehr hin. Nicht laufen, aber Knie-Hup gar in Kontakt. Ja, gut. Hopp, 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 hopp. Zurück geht es wieder. Wie heiß ist das? Wie ist das? Ein bisschen Wind? Wir machen alles aus der Bewegung. Gut so, gut so, gut so. Genau, mach den Schritt auch vorne ein bisschen breiter, dann hast du mehr Stützfläche. Sehr gut, Männer, sehr gut. Und gebt ihm Widerstand. Ja, gut, Mato. Überraschungseffekt. Manchmal mache ich gar nichts. Gut so. Rüstungsplatte. Okay, Männer. Jetzt wechseln. Ja, gut zu hören. Jetzt musst du weit nach vorne stehen. Dann kannst du noch machen. Gut. Gut. An der Linie ist bei der Hände. Hin und vorne. Ja. Gut. Ja. Gut. Gut so. Gleiche Bahn zurück, Männer. Gleiche Bahn zurück, Männer. Gut. Gut, gut. Ja, sagst du immer, wir verletzten danach noch vier Übungen. Jawohl, so okay. Komm. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, Männer. Jawohl. Du Maschine, Junge. Ja, voll gut. Linus zurück, Linus trippelt an, spielt den Ball auf Todi. Todi lässt fallen auf. Ja, genau. Du drehst dich auf. Und wenn du dich aufdrehst, bist du hier durch und du gehst in den Lauf rein. Spielst den Ball weiter zu nie, dich mit dem Ball rüber oder trippelt rüber. Und dann geht es immer wieder weiter. Immer dem Ball hinterher? Richtig. Immer dem Ball hinterher. Immer dem Ball hinterher. Gut so. Komm, schärfer da, Aichi. Komm, Junge. Guter Ball. Ja, jetzt sind wir endlich da und spielen rein. Gut so. Blauer Stiming-Arts. Okay, mit Städte, Hand ist weg. Hoppa. Oh. 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 Ja, ja. Oma und Doktor, bitte. Komm, schärfer Ulle, schärfer Ulle. Kannst richtig reinhauen da. Trinken gehen, Männer. Macht zehn Kontakten. Ihr seht, das Feld ist nochmal hier abgeschnitten. Von der Mitte in die Richtung und dann nochmal in die Richtung und in die Richtung. Das heißt, wir haben vor jedem Tor quasi einen kleinen Strafraum. Wenn Rot den zehnten Kontakt in diesem Feld gespielt hat, habt ihr die Möglichkeit, auch die anderen beiden Tore abzuschließen. Okay, geht los, auf geht's, komm. Zwei Kontakte. Zwei Kontakte. Nochmal. Hey, block, 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 block. Deo, wenn du den Ball da bekommst, musst du noch hier rüber gehen. Zählt nicht, unser Ball. Okay, immer wenn du den Ball bekommst. Eins, zwei, drei, vier, gut so. Eins, zwei, drei, vier, block. Komm rüber, komm rüber. Ja, 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 ja. Gut, Davy. Eins. Raus. Zwei. Zwei. Ja, drei, vier, fünf, sechs. Ja, ja. Inward position. Nächster Ball. Just keep the ball. One shoot. No, we can, after ten. But if we do ten passes here, we have to go opposite two goals. Draußen. Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Komm, Männer. Hey, two touch. Two touch. Hey, come on, come on. Hey, come on. Hey, come on. Hey, come on. All die Leute. Nicht blind. Tor. Gut da. Gut da. Gut da. Gut. Weiter. Come on. Komm, Pekka. Komm, Pekka ran. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Gut so. Nein, nein, nein. Zehnter war hier. Zehnter war hier. Vier. Opa. Fünf. Sechs. Acht. Letzter Ball für Rot. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Gut so. Gut gejagt, gut gejagt. So, Rot-Blau ist hier. Martin, steh mir offen. Steh mir offen. Du stehst nur, dass du da lang spielen kannst. Rune war immer frei. Dann musst du diesen schweren Pass spielen zu Olli. Steh, dass du auch hier zurückspielen kannst. Du verstehst? Genau so. Wenn wir zehn Passen machen, können wir die zwei Spiele machen. Aber wenn ich den zehnten Pass in dieser Richtung mache, müssen wir diese zwei Spiele machen. Wenn du den Ball gewinnt... Nein. Wenn du den Ball gewinnt, müssen wir diese zwei Spiele machen. Wenn du das hier gewinnt, müssen wir diese zwei Spiele machen. Ja. So, du musst eine Zone passen. Ja, ja. Aber der Ball kommt von da. Der zehnte Ball kommt von da. Mach zu! Männer sehen! Männer sehen! Gut so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun. Zehn. Nein, nein, nein. Wir müssen sich ändern. Es ist okay. Es ist okay, Chris. Position. I know you want to score. Komm, komm, komm. Eins. Zehn. Drei. Drei. Ah! Gut so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gut. Schön die Brust eingeschossen. Aber gut runtergelaufen. Hey. So gut runtergepflückt. Ja, hab ich ja gehört, du machst direkt. Okay, dann los geht's, komm. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Na, na. Männer sehen. Ho, ho, ho. Block, block. Ah! Derby schmeißt dich hin da. Drei. Vier. Fünf. Ja. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wechsel, wechsel. Und der Ball. Boah. Komm, ey. Wir brauchen Qualität auf allen Positionen, Männer. Und ich geh da hin. Du gehst da hin, Maschine. Okay. Jeder Sechs wieder runter. Aber wir fangen an, wenn die anfangen? Ja, wir brauchen einen Tick länger. Okay, komm, ey. Auf geht's. Komm, komm, komm. Spiel zu Davy. Ja. Nochmal zurück. Okay, gib nochmal. Okay. Also, hopp. Davy. Ja, Davy hier rein. Gut so. Und jetzt schaust du, Davy. Da ist er. Nein. Muss nach außen spielen. Egal, weiter, weiter, weiter. Komm, weiter geht's. Davy, geh rein. Mit dem Ball dorthin, wo das liegt. Ja. Ja. Komm, schau. Wir müssen durchs Tor laufen, Männer. Hey! Ich war durch, weil wir anfangen. Ja, ja. Upeke. Komm. 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 Wenig Pause. Komm. Ja. Außen. Sehr gut. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Ja. Gut so. Gut so. Komm, hopp rein, Davy. Ja. Ja, ja, ja. Wow. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Davy, ein bisschen Gefühl. Wir müssen uns konzentrieren. Ja, hopp. Ja, hopp. Gut so. Komm, Pekka. Du musst die Lichter töten. Ja. Schau. Ja, außen, Pekki. Guter Ball. Gut so. Warte. Okay, Pekki. Flach durch. Gut so. Außen. Weiter. Nimm mit, nimm mit. Komm, Pekki. Gut verteidigt. Komm, Davy. Das sieht doch viel besser aus. Komm. 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 Maschine. Spiegel. Jawohl. Jawohl. Gut so, Pekki. Ja. Ja. Gut so. Gut so, Pekki. Letzter. Ja. Gut so, Pekki. Ja, Pekka. Gut so, Pekki. Ich hoffe, es sind ein paar gute Sachen dabei. Sorry. Ein bisschen kaputt. Hartes Training. Aber schöne Grüße an alle Hataner da draußen. Wie ihr seht, wir arbeiten hart, um diese Saison alles zu geben für euch. Und dass wir zusammen Erfolge feiern können. Haori. Ja. 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 Wasuar *** Wir müssen zusammen gehen, damit ich einen Hercuts bekomme.